In diesem Video mit dem Titel Stärken und Schwächen erkennen, ein Leitfaden für dich, geht es darum, etwas über dich und über den Umgang mit anderen Menschen und mit dir selbst zu lernen. Stärken und Schwächen zu erkennen bedeutet, sich seiner Fähigkeiten und Herausforderungen bewusst zu werden. Zu wissen, was man gut kann, hilft, Selbstvertrauen zu entwickeln und sich selbst positiv wahrzunehmen. Schwächen zu kennen bedeutet hingegen nicht, sich schlecht zu fühlen, sondern realistisch mit sich selbst zu sein. Indem man seine Schwächen versteht, kann man gezielt daran arbeiten und sich verbessern. Wer seine Stärken kennt, kann sie in verschiedenen Lebensbereichen gezielt einsetzen und Erfolge erzielen. Oft führt das Bewusstsein über die eigenen Stärken zu mehr Freude und Motivation, weil man das macht, was einem gut liegt. Auch andere Menschen nehmen wahr, wenn jemand seine Stärken sinnvoll nutzt und selbstbewusst auftritt. Stärken zu erkennen und zu nutzen, hilft, ein erfülltes und zufriedenes Leben zu führen. Schwächen sind Teil jeder Persönlichkeit und gehören genauso zu uns wie unsere Stärken. Manchmal erkennt man Schwächen, indem man auf Situationen achtet, die einem schwerfallen oder frustrieren. Ein reflektierter Blick hilft, die eigenen Schwächen nicht als negativ zu bewerten, sondern als Chancen für Entwicklung. Wer seine Schwächen akzeptiert, lernt sie entweder zu verbessern oder in bestimmten Situationen anders vorzugehen. Stärken und Schwächen zu kennen, macht viele Alltagssituationen leichter. Mit diesem Wissen kannst du Aufgaben und Herausforderungen besser einschätzen und passende Lösungen finden. Wenn du zum Beispiel weißt, dass dir Kommunikation schwerfällt, kannst du gezielt daran arbeiten oder Hilfe suchen. Dein Alltag wird durch den bewussten Einsatz deiner Stärken und den Umgang mit Schwächen effektiver und entspannter. Auch in der Schule sind Stärken und Schwächen entscheidend, denn sie beeinflussen, wie du mit dem Lernen und Herausforderungen umgehst. Wenn du weißt, dass du gut in Mathe bist, kannst du anderen helfen oder schwierige Aufgaben selbstsicherer lösen. Schwächen wie Prüfungsangst kannst du erkennen und Techniken entwickeln, um besser damit umzugehen. So hilft dir das Wissen über deine Stärken und Schwächen erfolgreich und gelassen durch die Schulzeit zu gehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Stärken und Schwächen zu entdecken, wie zum Beispiel durch Selbstreflexion oder das Feedback von Freunden und Familie. Indem du über vergangene Situationen nachdenkst, erkennst du oft, was dir leicht fällt und was dir eher schwer fällt. Auch Tests oder Fragebögen können dir helfen, mehr über dich zu erfahren. So bekommst du ein klares Bild davon, was du gut kannst und woran du noch arbeiten kannst. Um mit Schwächen gut umzugehen, ist es hilfreich, sie nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als Bereich, in dem du dich weiterentwickeln kannst. Ein realistischer Umgang mit Schwächen bedeutet, dir kleine Ziele zu setzen, an denen du arbeiten kannst. Wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten mit Organisation hast, kannst du Techniken erlernen, um besser zu planen. So machst du Schritt für Schritt Fortschritte, ohne dich unter Druck zu setzen. Zu wissen, was man gut kann und wo man Herausforderungen hat, hilft auch dabei, eine berufliche Richtung zu finden. Wer seine Stärken kennt, kann Berufe wählen, die zu den eigenen Fähigkeiten passen und in denen man sich wohlfühlt. Auch Schwächen spielen eine Rolle, denn manche Berufe erfordern bestimmte Fähigkeiten, die man gezielt trainieren kann. Die Selbsterkenntnis in Bezug auf Stärken und Schwächen hilft dir also, eine Zukunft zu gestalten, die wirklich zu dir passt. Stärken und Schwächen verändern sich oft, je mehr Erfahrungen man macht und neue Dinge lernt. Was heute eine Schwäche ist, kann sich durch Übung oder Training zu einer Stärke entwickeln. Auch Stärken können sich im Laufe der Zeit verändern und neue Stärken hinzukommen. Indem du offen für Veränderungen bist und immer wieder reflektierst, kannst du deine Entwicklung bewusst steuern und dein Potenzial weiter entfalten. Bio in 1 3 2 3 3 4